hey leute und herzlich willkommen zu meinem kalender tag nummer zwölf das wird immer spannender warum hat der schmetterlinge da irgendwie hat das lego hier gar nichts mehr miteinander zu tun warum auch immer ich muss es nicht verstehen so guck mal den haben wir gut aufgemacht was ist los lego was los entweder soll das ein ferngesteuertes auto darstellen oder eine ferngesteuerte ente schreibt es mal in die kommentare was soll das darstellen ist mir klar dass es was ferngesteuertes ist also wer das nicht erkennt ist echt ein bisschen unterentwickelt sag ich mal denn das ist eine färbenbedienung guck mal das ist die antenne da und der chefsteuerknüppel und das sind die reifen und das ist keine ahnung entweder ist das der empfänger und das ist keine ahnung was sie darstellen das sieht aus wie eine ente was ist ein modellauto soll es euch zeigen oder nicht zeigen ich weiß es nicht ich weiß es nicht man sieht sowieso nichts aber da das sind richtige modelle die schaumen und so und da hinten was man jetzt nicht sieht aber egal da ist alles voll egal das ist ein ganz anderes thema was euch jetzt überhaupt video interessiert hat nur zur info wo ich mache das heißt dass ich klein bin eigentlich aber egal ist ja auch vollkommen egal jetzt jetzt geht es um lego 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 so hier haben wir erstmal ein ja ein unscharfes ich weiß wunderschöne geräusche manchmal ich weiß die sind überhaupt nicht nervig nein ein ja ein megafon ne quatsch das war das alte hier vom polizisten das war ein walkie talkie genau so hieß das ja ein walkie talkie so hier haben wir auch ein neuartiges teil was ich vorher noch nie gesehen habe vorher habe ich das immer nur so gesehen und hinten war nichts dran aber jetzt gibt es hier ein upgrade sag ich mal dass man nicht die beiden Seiten bekleben kann ist das nicht ein tolle idee bis hier würde ich sagen dass sie komisch aus der punkt produktionsfehler würde ich sagen okay dann ist es einfach von der produktion die farbe ist hier würde ich ja noch sagen okay modellauto ist noch gebombt ach hier würde ich sagen so ab hier würde ich sagen ja sowas ähnliches ne und ab hier würde ich sagen okay das könnte weil das so leuchtet sollte das nicht leuchten oder so okay das ist doch nicht so leuchteteil wie ich vielleicht dachte oder so ich bin mir gerade nicht sicher ob das jetzt so ein teil ist was ich dachte oder nicht dachte okay es ist scheinbar ein dunkles es sieht irgendwie so aus als wenn wenn das so ich kann das jetzt nicht beschreiben das ist müsste ich erst so ein teil suchen ihr kennt doch so eine lego teile vielleicht kennt das einer von euch die so ein bisschen leuchten wenn man die anleuchtet dass man durch gucken kann so ein bisschen durchsichtig nenn ich es mal also so wie der hier so guck mal so wie der hier wo der ist rund das ist ja krass der ist rund lol so ein teil kenne ich auch noch nicht das ist ja geil den finde ich toll so ein durchsichtiges mein ich und das dachte ich dass das hier so ein rotes teil ist weil irgendwie sieht es so halbwegs danach aus scheinbar das ist doch nicht so ein teil so haben wir wieder ersatzteile die weg wollen kommt da hinten hin so und ist hier noch was ne ist nichts leider doch da hinten ist noch so ein teil oh cool noch so ein rundes teil ja und hier haben wir jetzt die wunderschöne färbedienung die irgendwie ein bisschen zu groß ist finde ich persönlich ich meine wir sollen die lego mensch anfassen ich werde ja nicht mal ist auch umgekippt okay das war auf jeden fall jetzt hier der wunderschöne wunderschöne actionreiche ferngesteuerte ente ding was auch immer alles darstellen soll mit fünf minuten länge scheiße tut mir leid bis zum nächsten mal heute rein und dann sehen wir uns gleich wieder oder so ciao